Hallo Leute und hiermit ein klitzekleines Infovideo, das ich eigentlich schon vor einer Woche raushauen wollte. Tja, bin ich nicht dazu gekommen, tut mir ein bisschen leid. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich momentan in einer Prüfungssituation bin und deswegen den kompletten September über keine Videos mehr raushauen werde. Weil Prüfungen gehen einfach vor und danach steige ich im Oktober direkt wieder sofort ein. Ganz normal, der gewohnte Videoplan, also der gewohnte Uploadplan mit Montag, Mittwoch und Freitag Fallout und Dienstag und Donnerstag Crimson Skies und am Wochenende XCOM. Und ja, ich hoffe, das ist nicht allzu tragisch. Ich kann euch nur ein paar weitere Kanalinfos, Kanalinfos, Kanalempfehlungen geben. Und zwar sind da meine Bartbrüder, einmal der Olli, der Wödan und der Gamerneighbor, da immer wieder gerne vorbeischauen. Und außerdem auch noch Ruby, die findet ihr auch bei mir in der Kanalliste mit drin. Da sehr empfehlenswert momentan, nimmt sie eine Staffel Sims 4 auf mit unserer Bartgruppe, also Olli, Wödan, Gamerneighbor und mir als Sims 4 WG. Extrem lustig, kann ich nur empfehlen. Oder bei Nexus oder Faustes auch gerne mal vorbeischauen. Die machen auch lustiges Zeug. So, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dann im Oktober wieder bei meinen Projekten dabei seid. Oder halt einfach mal über den Kanal drüber gucken. Wie gesagt, da prinzipiell eher auf die Playlist schauen, weil ich immer noch genügend Videos habe, die keinen richtigen Namen haben. Dazu der Kanal-Info-Video. Ja, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich freue mich schon wieder auf den Oktober, wenn der ganze Prüfungsstress rum ist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann da wieder.